Das ist das zottrige Fuchsibaby mit dem Hornansatz. Ist nicht so schön geworden mein Handschnitt, aber es geht. Zeig mal her deine komische Krausewolle. Auch die Hörner sind so ganz komisch. Gekräuselte sie irgendwie und dann hat sie an den Hinterläufe so eine komische grauen Fellansätze, das ist auch witzig, aber wir nutzen den Tag heute nochmal um Eicheln zu knacken. Der Winter kommt, brauchen wir noch ein bisschen was auf die Rippen. Ne Bruno? Ja, du bist ein Hübscher, du bist mein Guter. Ne? Ja, ja. Ja. Mhm.